Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Alle sechs Mercedes angetriebenen Fahrzeuge haben zum Canada Grand Prix einen neuen Motor, einen neuen Turbolader und eine neue MGU-H bekommen. Lance Stroll hatte aber im dritten freien Training des Canada Grand Prix einen Motorschaden und musste zur vorherigen Spezifikation zurückwechseln. Mittlerweile ist Mercedes der Ursache auf den Grund gekommen. Schuld war ein Zündkerzenausfall, was zu einem Motorschaden führte. Sie wollen an diesem Wochenende Gegenmaßnahmen ergreifen. Nächstes Thema. Für den Frankreich Grand Prix wird das Wetter, stand jetzt, trocken. Kein Regen in Sicht und nur ein paar Wolken am Himmel. Sonntag soll es mit 30 Grad Celsius der wärmste Tag der Woche werden. Letztes Jahr hat man vorhergesagt, dass es am Samstag im dritten freien Training trocken bleiben sollte, doch dann fing es an zu schütten. In der Region sind schnelle Wetterwechsel bekannt. Nächstes Thema. Nicolas Nativi durfte bei seinem Heim Grand Prix das erste freie Training im Williams bestreiten. Das gleiche wird er auch in Frankreich machen. Dort wird er auch wieder in der Formel 2 fahren. Nächstes Thema. In Kanada lief es für McLaren mit P8 und P9 in der Qualifikation echt gut, nur im Rennen holten sie leider keine Punkte. Lennon Norris sieht in Runde 7 aufgrund eines plötzlichen Defektes an der hinteren rechten Radaufhängung auf der Staatssiegeraden aus. Nur wie es dazu kam, war bisher nicht bekannt, doch jetzt bringt das britische Traditionsteam Licht ins Dunkeln. Aufgrund von zu hohen Temperaturen in den Bremsen fingen sie Feuer und das führte zu einem Aufhängungsbruch. Das Feuer lag in einem Bereich frei von Luftstrom, weshalb es nicht von alleine ausging. Teamkollege Carlos Sainz hatte ein anderes Problem mit den Bremsen mit unterschiedlichem Zusammenhang. Bei ihm wurde als Grund für die zu heißen Bremsen ein Abreißvisier genannt, welches sich im Bremsstart verfing. Was das Team nicht verrät ist, wieso die Bremse beim Engländer sehr viel heißer wurde als beim Spanier. Bei Kimi Raykönnen gab es einen ähnlichen Vorfall wie bei Sainz. Auch hier verfing sich ein Helmvisier am Boliden, genauer gesagt im Lufteinlass des Motorkühlers. Kommen wir zum Mikes Meinung. Heute gibt es ja nicht allzu viel, worüber ich meine Meinung geben kann, aber ich versuch's mal. Es ist natürlich schön zu hören, dass McLaren und Racing Point ihre Ursachen gefunden haben. Bei beiden Vorfällen wäre ich nicht drauf gekommen, was die Ursache war. Kommen wir zum Community-Kommentar. Can124 hat folgenden Kommentar unter meinem letzten Video geschrieben. Hi Mike, ich würde gerne wissen, wie es aussieht mit dem Motor von Honda. Wird der wirklich so gut wie Mercedes und Ferrari oder ist der Abstand immer noch so groß wie vorher? Groß. Jo, groß zurück. Also sie bringen in Frankreich ihre zweite Ausbaustufe, mit der Daniel Kwiat fahren darf. Alex Albon noch nicht, weil Toro Rosso nicht beide Fahrer strafersetzen möchte. Er wird in Österreich mit diesem Update anfahren. Also meiner Meinung nach sind sie ein bisschen näher herangekommen, aber um Ferrari-Mercedes noch einzuholen, ist noch sehr viel zu tun. Honda hat speziell am Turbolader gearbeitet und der würde laut ihrer Aussage extra Power verleihen. Mal sehen, wie es in Frankreich dann wird. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal.